jo leute was geht da war engine modus bus ist wieder am start nächstes video heute geht es weiter könnte ein bisschen stürmisch sein von der audio qualität her aber ich kann jetzt nicht mehr auf gutes wetter warten weil ich möchte langsamer fertig werden ich zeige euch erstmal was jetzt heute phase ist wie man sieht kabel heute wird es um die elektronik gehen in diesem video werde ich wahrscheinlich erst mal damit anfangen die zündung ein und auszuschalten multimeter habe ich auf jeden fall dabei zum durchmessen kabel rot und schwarz rot werde ich für plus nehmen schwarz für minus sicherung habe ich auch noch ein kabel weil ich möchte das alles absichern extra bis auf die zündung halt und wie man sieht habe ich ein neues trittbrett das andere sah ziemlich fertig aus und bevor ich da acht stunden bei sitze habe ich gesagt habe ich mir ein neues habe ich jetzt neu was ihr noch seht das handschuhfach habe ich modifiziert mit drei kippschaltern ich hoffe auch dass es nachher so funktionieren wird damit werde ich die wasserpumpe separat ausmachen können das tacho werde ich separat ausmachen können und halt die zündung ich kann euch das mal gleich genau zeigen so sehen jetzt die schalter aus halt klapper ganz cool eigentlich gemacht finde ich auch optisch geil ja und da habe ich noch was spezielles ich möchte zwei batterien fahren und aus 3d druck haben uns was schönes gemacht nämlich eine halterung die zwei gleiche batterien von motorforce kombiniert und aussparungen habe ich jetzt schon alles vormontiert oben wird es nur drauf gemacht und da sind die zwei batterien verbunden ich werde jetzt als erstes die batterien erstmal in das trittbrett rein machen und dann werde ich das trittbrett drauf setzen und dann können wir schon anfangen mit der verkabelung so trittbrett montiert auch batterie ist drin ups das finde ich auch ein bisschen scheiße dass das hier unten was das scharnier ist ja alles aus plastik hält nicht so geil aber was werden wir machen so batterie ist drin ich musste noch ein bisschen nacharbeiten und damit es auch mit den anschlüssen passt hier ganz stramm drin haben wir richtig glück gehabt damals also ganz knapp ansonsten werde ich jetzt erstmal anfangen das hat jetzt erstmal nichts mit der batterie zu tun sondern eher mit der zündung dass ich die zündung die ich hier habe ich meine es war das rote kabel hier werde ich jetzt nach unten führen dann von hier rein entweder von hier oder von unten ich weiß noch nicht ganz genau von wo dann hier unten rein und dann hier irgendwie sich ein bisschen aufstauen lassen damit man es nachher auch noch hier öffnen kann das handschuhfach und dann an den schalter ran und von da aus dann mit der masse halt ja an den rahmen denke ich mal das das werde ich jetzt machen so beim verkabeln ist mir folgendes aufgefallen dass ein kippschalter sowie er normal im handel gekauft werden kann also zumindest meiner für die zündung eigentlich nicht gebraucht werden kann weil wenn ich den schalter an mache ist dann die verbindung zum rahmen hergestellt und somit würde der motor ausgehen habe ich nämlich nicht versehen ich habe falsch umgedacht und wenn der schalter aus ist dann geht der rolle an ich möchte es ja genau andersrum haben jetzt habe ich einen geilen einfall gehabt bei dem schalter ist es so der hat hier so eine kerbe ich weiß nicht ob man das erkennen kann von oben der hat so eine einkehrung auf einer seite auf der anderen seite nicht so diese einkehrung ist bei den schaltern genauso hier ist es jetzt anders ich habe es schon wieder neu lackiert eben auf der hier seht ihr diesen nipsel der auf den schalter auf geht damit der schalter sich nicht in diese richtung bewegen kann damit er an sich eine feste position hat das war bei dem schalter natürlich jetzt andersrum ich habe einfach den nipsi abgeschliffen der war nämlich eigentlich auf der anderen seite also abgeschliffen bei anderen seiten schweißpunkt drauf gesetzt und so den schweißpunkt gesetzt dass ich das danach wieder abgeschliffen habe ist mir richtig filigran gewesen also boah das war richtig ein akt aber es hat geklappt somit passt es jetzt hier drauf und somit ist der schalter an sich um 180 grad gedreht aber die funktion ist genau die gleiche und somit schließt er jetzt und also wenn ich den schalter jetzt wenn ich den schalter jetzt so mache also eingeschaltet ist er dann eigentlich ausgeschaltet und und wenn ich ihn ausschalte den schalter dann ist der stromkreis verbunden also eigentlich genau andersrum das ist jetzt aber nur für die zündung für die anderen beiden lass ich es ja so also für die leute die mal mit dem kippschalter so eine zündung einschalten wollen und ausschalten wollen dann muss man das auf jeden fall drehen und halt dieses teil bearbeiten man kann es natürlich auch einfach ich war auch schon am überlegen ob ich hier einfach das ich sag mal ein loch das loch einfach durch bohre dass man den da auch dann drehen kann so wie man möchte aber dann ist halt das problem man kann es ja auch nicht bei plastik so fest anziehen dass es dann mit der zeit sich vielleicht verdrehen würde und das wollte ich nicht und so habe ich es so gemacht also nipsi auf der anderen seite geschweißt abgeschliffen und jetzt liegt der top drin 1a so ich zeige euch jetzt mal wie ich das alles im verkabel habt das ist jetzt alles provisorisch also so wird es nicht bleiben ich werde das nochmal ein bisschen schöner machen aber vom prinzip her kabel hier dran einer geht durch das loch raus und geht da wo normalerweise ich glaube da war der öl tank früher genau da war der öl tank da unten habe ich ihn befestigt das andere kabel geht ja zur zündung hier hin das war ja das rote in dem fall von meiner zündung ja ich kann das noch mal eben demonstrieren wie es funktioniert hier sieht man ja auch noch mal dass ich den einschalter gedreht habe als halt von der funktion her nicht anders geht also zack zündung an und so sollte die zündung aus sein wir werden es einmal austesten ich glaube das war's noch mit diesem video das werden glaube ich drei teile von der elektronik weil als nächstes kommt wasserpumpe und dann das hauptthema wird ja mit dem tacho sein was ich einbauen werde auf jeden fall dank fürs zuschauen wenn ihr auf instagram aktiv seid dann könnt ihr mir da auch gerne folgen vergisst den rabattcode bei scootertech nicht der ynj heißt fünf prozent könnt ihr da sparen auf meinen nacken und dadurch kann ich mir noch mehr teile kaufen und vielleicht sogar noch neue projekte finanzieren kanalmitgliedschaft ist natürlich auch verfügbar für die leute die bock haben mich noch mehr zu unterstützen bzw die früher bock auf den content von mir haben weil da werde ich alles hochladen was ich bisher habe kommt je nachdem darauf an was ich gerade an themen habe aber wie gesagt da lade ich alles immer auf jeden fall früher hoch ansonsten danke fürs schauen leute und wir sehen uns im nächsten video